Musik Hallo und herzlich willkommen im Hotel Glernischhof. Mein Name ist Christian Schüppert, ich bin Gastgeber des Hauses. Wir befinden uns hier im schönen Zürich, mitten im Finanzdistrikt, mitten im Zentrum der Stadt. Zürich bietet eine hervorragende Infrastruktur, wir befinden uns direkt im Zürichsee, eine ruhige Lage, das was unsere Gäste sehr, sehr schätzen. Zürich ist ein hervorragender Ausgangspunkt für zum einen uns einer unserer wichtigsten Gäste im Business-Bereich, aber auch jetzt in der Sommerzeit dürfen wir sehr viele Feriengäste begrüßen, die die Stadt erkunden möchten, die Shopping-Area erkunden möchten, aber auch gleichzeitig die sehr nahegelegenen Berge, die doch nicht mal eine Stunde für uns gefährt sind. Die Geschäftsphilosophie des Hotel Glernischhof ist seit über 60 Jahren sehr nachhaltig und ökologisch geprägt. Eine der letzten großen Investitionen hatten wir 2011 mit einer Wärmepumpe, welche durch das Züricher Seewasser gespeist wird, in die unsere komplette Heizungsanlage und die Wasseraufbereitung, Wasserheizung aufwärmt. Wir beziehen unser Seewasser direkt hier, ist die Quelle, welche dann direkt in das Hotel gespeist wird. Die Seewasserwärmepumpe entzieht durch Komprimierung die Wärmeenergie direkt aus dem Seewasser und führt im Anschluss das Restwasser wieder zurück in den See. Dadurch bekommen wir große Energien, welche unsere komplette Heizung im ganzen Haus aufwärmt. Wir hatten dadurch eine jährliche Ersparnis von knapp 100.000 Liter Heizöl. Heizöl, das ist ungefähr ein Volumen von 250 Tonnen CO2, was wir jährlich dadurch einsparen. Die Wärmepumpe ist unter anderem einer der Gründe, warum wir in diesem Jahr von Green Globe eine Zertifizierung erhalten haben. Green Globe ist ein unabhängiges, nachhaltiges Leben. Es gibt noch viele weitere nachhaltige Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben. Einige davon werden Sie jetzt in unserem Beitrag noch vorgestellt bekommen. Viel Vergnügen dabei! Vielen Dank für die Seite! Untertitelung des ZDF, 2020